er hat das guter macht es jetzt gehen oh mein Gott nein ich will nicht so ein Gumba Sprung machen kein Fall ihm will ich eindeutig aus dem Weg gehen kommt den Sprung schafft man auch so eindeutig ach ja so schon besser aus noch besser noch besser ne der war scheiße scheiße oh mein Gott ich krieg einen Krampf oh ich kann gerade schlecht posieren weil der Emulator sagen wenn man so maximiert ist seht ihr wie oft das kommt hier diese Sprünge das nervt echt an dass man die hier so oft machen muss das ist schon nervend aufreibend ich würde mal so sagen das ist so ein bisschen MMM mäßig oder MMM Mario's Masochistic Mission von Emiro wer Emiro nicht kennt ist eigentlich kann ich nicht gerade allzu gut leiden außer Osus ist jemand wirklich der der mich abonniert hat den ich abonniert habe die kann ich alle leiden MMM MMM WUH geschafft yes jetzt läuft's gerade ganz gut ne ja doch jetzt läuft's gut kaum sag ich's hm was zur Hölle willst du hier von mir wie soll ich jetzt diesen Sprung timen das ist doch fast unmöglich oder ne wartet mal da muss ich noch denk ich mal ne Runde warten Nein 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 Ach ne Scheiße So jetzt noch mal probieren Hä ich hoffe ich hoffe ist jetzt nicht versaut dass du mich jetzt ein bisschen ankotzen nicht aus dem Versuch das geht noch kommt es geht noch geht noch das ist doch voll schwule so was zu machen ich schäm dich ich dachte immer du wärst mein Freund und nachher mein Gott mein Gott ach ne da werden meine Level so scheiß einfach aussehen im Vergleich zu deinen weil ich halt nicht so grausam bin mir egal wenn ich jetzt ne Chance verpasst hab ist das mir egal ist das mir egal hm mein Gott wieso ist der immer dann wenn ich komm so weit dass der gerade los macht hm oh mein Gott jetzt hab ich den Emulator Mini Merd ach ich hab doch vor vor Stunden hab ich glaube ich angefangen zu drehen so kommt es mir gerade vor scheiße immer fängt der da an ne immer auch eigentlich kann das nicht sein Son Goku 00 71 ist online er ist soweit ich weiß ja doch Pokémon Smaragd ähm bitte auch abonnieren Ilias abonnieren und damit einen guten Let's Player abonnieren der noch nicht ach ne der ist ja jetzt gar nicht mehr Pokémon Smaragd Scheiße wie heißt denn sein neuer Account irgendwas mit Drehquatzer glaub ich ich glaub es geht gar nicht mehr oder und sind das wirklich versaut hab nein nein ja so gehts ja so Geil Methode gefunden yeah so scheiße gut ich hab wenigstens 6 sitz hm gut okay komm schon jetzt hab ich wenigstens ein was geschafft jetzt muss ich das doch auch bitte mal schaffen yes ey geil geil ach ne es kommt immer noch was auf mich zu immer noch was richtig 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 hartes was richtig 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 hartes mein Gott mein Gott oh wohnson ach ach verpisst euch doch ach mir reicht's mir reicht's mir reicht's na komm doch doch ja jetzt lass das scheiß verfickte Level zu Ende sein yes hier war jetzt natürlich noch irgendwas was das gar nicht so schwerer macht ne ja doch da war noch irgendwas glaub ich irgendwie irgendwie ja etwas ziemlich schweres ja etwas ziemlich schweres ja endlich geschafft endlich und joshis island 4 wird noch bearbeitet das war's mit dem verfickten Hack für heute tschau